Lady Louise Windsor Warum sie ihren Abschluss nicht wie üblich nach drei Jahren machen wird Lady Louise Windsor macht sich bereit für ihr drittes Studienjahr an der St. Andrews University. Anders als in England üblich wird sie ihr Studium aber erst nach vier Jahren abschließen, aus gutem Grund. Derzeit dürfte Lady Louise Windsor, 20, noch die letzten Tage ihrer Semesterferien genießen. Schon bald geht es für die Enkelin von Queen Elizabeth, 96. Wieder zurück an die Uni, wo sie ihr drittes Jahr beginnt. Während viele ihrer Freund, ihnen nach insgesamt drei Jahren ihren Abschluss in der Tasche haben werden, liegen vor ihr jedoch zwei weitere. Lady Louise Windsor studiert in Schottland. Seit 2022 ist die 20-Jährige an der St. Andrews University in Schottland eingeschrieben, wovor ihr bereits ihr Kusprinz William, 42, studierte. Sie widmet sich dort der englischen Literatur. Zum Ende ihres Studiums wird sie eine Reihe von Abschlussprüfungen ablegen. Und eine Dissertation einreichen müssen. Doch anders als in England üblich wird sie dies erst in zwei Jahren machen müssen. Da sie eine Universität in Schottland besucht, wird die Tochter von Prinz Edward, 60, und Herzogin Sophie, 59, Wie ihre Kommiliton, ihnen ein vierjähriges Studium absolvieren. In England hingegen sind drei Jahre bis zum Abschluss üblich. Unsere Studiengänge, wie auch die anderen schottische Universitäten, werden in der Regel über vier Jahre in Vollzeit studiert. Heißt es auf der offiziellen Website von St. Andrews. Tritt sie in die Fußstapfen von Queen Elizabeth? Die ersten beiden Jahre ermöglichen den StudentInnen, ein breites Verständnis für das Fach zu erlangen, für das man sich eingeschrieben hat, sowie für andere Kurse, für die man sich interessiert. Die letzten beiden Jahre, auch als Honors bekannt, bieten die Möglichkeit, sich auf das oder die gewählten Fächer zu spezialisieren. Wird zum Verlauf der insgesamt vier Studienjahre erklärt. Was ihre Zukunft betrifft, hat die junge Rolle offenbar schon genaue Vorstellungen, wie aus ihrem LinkedIn-Profil hervorgeht. Ich interessiere mich für eine Karriere im Militär, in der Diplomatie oder im Recht, schreibt Didi Luise dort. Damit könnte sie als erste Frau in der Familie in die Fußstapfen ihrer Großmutter treten, die einst selbst bei den Streitkräften diente. Verwendete Quellen, hellomagazine.com, datler.com